Ich nenne noch mal die Mellon der Stadler-Fahrer. Frau Schäfe mit der 1, mit der 15, Jan Gatzemann. Die 4, David Kwiatkowski. Die 3, Niki Gremmert. Die 5, Brandt Wattermann. Die 13, Marco Stolmann. Die 11, Steffen Rossmann. Die 7, Ronny Abrecht. Die 9, Thomas Wiedemann. Die 8, Ronny Verbonde. Die 6, Rocco Hochmann. Ja, hoi, hoi, hoi... Diese Namen könnten morgen alle auf Seite 1 in der OTC stehen. Nur bei Erfolg, ziemlich nur bei Erfolg. Was für ein raffinierter Treffer von Jan Koller. Zur Führung nach einer Minute fünf Sekunden Spielzeit. Der Schuss kam aus der eigenen Hälfte, aber der Meister hat in seinem Wahnsinn den Ball halten wollen und weil er abgefälscht hat. Aber in so was muss doch ein Ball halten. Sie haben ihn durchgelassen. Das hatte ich mal schon mal gemacht. Nicht einmal der hat es gepackt nach dem Eindruck. Oder P-Pizza. Auch nicht. P-Pizza. Wieder was ganz anderes. Aber es ist noch viel Spielzeit. Zehn Minuten, zwanzig Sekunden. Das ist ausreichend, um hier mindestens noch den Ausreich zu machen für die Stadtauswahl. Ausgehend. Ausgehend. Übrigens, das Tor hat aber gar nicht gefällt als Frau Koller. Es war Koller. Ja, ja, ja. Ausgehend. Also Schlitzenhof. Aber da gibt es keine Art. Wir legen das fest. In Gera gibt es leider keine Aktion. So, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt wollen, dass vielleicht die Stadthaus bei Gera das Finale erreicht, dann müssen Sie jetzt mal das Tempo ein bisschen erhöhen und die Lautstärke auch ein bisschen Stimmung machen, hier in der Pantopalle, um die Partie noch zu drehen. Die Gera warten auf ihre Unterstützung. Herzlich willkommen. Amen. Einfach ein Doppelkampf, die Doppelkampf ausgespielt haben. Und ich sage euch eines dazu, dieser Abrech macht ein Tor nach dem anderen, man sollte ihm hier vor der Halle zumindest einen Abrech-Weg gestatten. Aber die Bürgermeisterin sollte darüber nachdenken, mindestens, wenn er dann erst das Finale entscheidet. 1-1. Die Spannung steigt. Ja, nach oben kommen die ersten zaghaften Anfeuerungsrufe für die ERA-Mannschaft. Die Halle kann mitmachen. Gera hat das Fußballherz entdeckt, weißt du das? Die Sonderausgabe der OTZ wartet schon. 16 Seiten am Unter. So viel hat die ganze Zeit und nicht. Gefährlich, aber großartige Fußparade. Aber Frank Schäfer. Großartige Fußparade von Schäfer, meine Damen und Herren. Da denkt man an 54 Schäfer, immer wieder Schäfer. War der auch Torhüter? Nein, natürlich nicht. Meine Damen und Herren, die Elfte des Spiels. Noch gut fünf Minuten jetzt im Halbfinale. Zufrieden mit der Gerschen-Mannschaft. Das ist wichtig, erstmal wieder zurückzukommen ins Spiel. Bleiben uns alle Möglichkeiten erstmal offen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Der Ball ist rund. Und jeder hat hier eine Chance, als Sieger vom Parkett zu gehen. Ich denke mal, es wird eine Taktiererei werden. Und wer am besten taktiert. Und wer die wenigsten Fehler macht, könnte eventuell als Sieger gehen. Warte mal, oder es gibt einen 9-Meter-Schießen. Ja gut, aber wir haben ja hinten einen Schäfer, der hat heute alles rausgeholt. Das geht dann wieder bei Null los. Wir werden sehen. Wir wollen mal hoffen, dass wir von unserer taktischen Linie aus, dass wir so bleiben. Also, alles da. Meine Damen und Herren, unterstützt eure Mannschaft. Hörst du das? Hörst du das, Timmy? Hörst du, was ich höre? Hörst du, was ich höre? Hörst du, was ich höre? Ein Sanitäter, ein Sanitäter bitte hinter das Tor von der Stadt aus Valheira. Und das ist die Riedenschance. Das ist das Tor für die Stadtauswahl. Die Pandofalle sind top. Frank Bangemann. Dem war überhaupt nicht Bangemann. Er macht das Ding. Frei vorm Torhüter versenkt er den Ball zum 2-1. Und damit zur Führung für die Stadtauswahl. Er hat 2 Minuten und 40 noch zu spielen. Der Weg, der den Abrechweg kreuzt, heißt jetzt Bangemann. Der Weg, der den Abrechweg, der den Abrechweg, damit wir das auch wissen. Damit sind alle Straßennahmen für Gera dann vergeben. Wenn Sie das durchhalten, das wäre eine Sensation. 2, 2, 2. Jetzt sind es nur noch 2,20. Halten Sie durch. Drücken Sie die Daumen, meine Damen und Herren. Die Jungs aus Gera sind schon wieder im Angriff. Machen Sie noch eins. Und das gegen Dortmund. Das ist unglaublich. Ich sage ja, die sind in einem Tunnel. Kwiatkowski. Und wieder Schäfer. Und wieder große Parade von Frank Schäfer. Und ein Freistoß für die. 90 Sekunden. 90 Sekunden noch. Und jetzt sind es nur noch 80. Bis zur Turnierüberraschung. Achtung, stopp. Schiri, stopp. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schäfer. Das war natürlich großartiges Tor. Zum 2-2-Ausgleich, 20 Sekunden vor Schuss. Torschütze Lars Müller. Die Mannschaft und die müssen dann immer wieder rein, wenn es noch unentschieden stehen sollte. Also beide Teams haben jetzt die Möglichkeit. Und jetzt sind wir durch mit diesem Spiel. Zwei zu zweiter Endspielung. Drei Schützen. Und dann sind wir gespannt. Drei Schützen von jeder Mannschaft. Und das zweite Halbfinale endet. Auf jeden Fall schon mal einen Applaus für die Gera. Statt aus weiter, als Sie überhaupt soweit gekommen sind, würde ich sagen. Oder? Wer ist jetzt jemand? Wer traut sich zu? Ich will hier gegen bestimmen. So, also. Okay, komm hier. Warte, ich mach mit drin, ne? Drei Schick brauchen wir. Drei. Also ich muss nicht. So, bitte nur drei Spieler, dann auch von der Stadtauswahl Gera. Die anderen ein bisschen zurück, damit wir ein bisschen Platz haben hier auf dem Fels für das Neun-Meter-Schießen. Die Dortmunder haben sich für die Spieler Jan Koller mit der Nummer drei, Lars Müller mit der Nummer sechs und Dimi Kalpakitis mit der Nummer acht entschieden und Jan Koller beginnt gegen Frank Schäfer. Ja, was war das denn? Ja, das muss man nicht kommentieren. Den Ersten verlassen die Nerven. Den Ersten verlassen nachweislich die Nerven. So, und für Gera tritt David Kwiatkowski an gegen Borussia Dortmund und macht ihn rein. 1 zu 0, die Führung, neun Meter schießen für die Stadtauswahl Gera. Jetzt der Spieler Mitte Nummer acht, Dimi Kalpakitis. Und der sitzt, obwohl Frank Schäfer... Das ist nur der Anschlusstreffer, wenn er jetzt trifft, ist es nur der Anschlusstreffer. Wenn er nicht trifft, ist es der Ausgleichstreffer. Das ist alles noch ein Schritt. 1 zu 1, neun Meter schießen oder... Hier, pass auf, jetzt pass auf, jetzt guck hin! Und er macht ihn nicht rein. Jawohl. Also, Frank Bann im Augen. Ausgleichstreffer. Alles wieder offen. Und für die Dortmunder tritt an Lars Müller mit der Nummer sechs. Und der war gut verwandelt. Da hatte... Der muss jetzt... Der Frank Schäfer. Keine Abwehrchance. Jetzt liegt es an... Thomas Wienefeld mit der Nummer neun für Gera. Hier den Ausgleich zu erzielen. Und er macht es. Und das macht er! Das macht er! Er macht es! Er macht es! Wie er das macht! Ja, wie geil ist das denn? Souverän! Und Jan Koller, er freut sich, dass er schon wieder zum Punkt gehen darf. Und ist vielleicht... Wenn er jetzt... Das er macht als vorhin. Vielleicht... Links oben. Jan Koller gegen Frank Schäfer. Koller gegen Schäfer. Koller! Jetzt trifft er. Jetzt macht er ihn rein. Fünf zu vier der Zwischenstand für Borussia Dortmund. Jetzt muss es David Kwiatkowski widerrichten. Und Kwiatkowski macht ihn rein. Eiskalt. Hätte er in seinem Leben nie etwas anderes gemacht, als in Gera um 22.45 Uhr neun Meter zu schießen. Und da liegen wir sonst immer längst im Bett, Timmy. In die Uhrzeit. Timmy Kalpakidis für Borussia Dortmund. Und Frank Schäfer hat keine Chance. Jetzt müssen wir ihn aufbauen. Ihn müssen wir aufbauen. Jetzt müssen wir ihn aufbauen. Genau so ist es. Mit der Nummer fünf kommt für Gera Frank Bangemann. Und der haut ihn rein. Da gilt nicht Bangemache. Der haut ihn rein. Natürlich haut er ihn rein. Nichts Bangemann. Von wegen. Keine Bange, Bangemann. Sechs zu sechs der Spielstand. Lars Müller. Wieder der Schütze für Borussia Dortmund. Was macht Frank Schäfer? Ja, springt in die falsche Ecke. Lars Müller. Sieben zu sechs. Kennst du das? Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 35 Minuten, meine Damen und Herren. Jetzt der nächste Gera-Schütze. Thomas Wienefeld. Und auch der. Traumhaft sicher. Und Herr Koller, bitte. Herr Koller, bitte. Zum neun-Meter-Schießen. Herr Koller, bitte. Nächste Runde. Jan Koller gegen Frank Schäfer. Keine Chance. Du weißt aber schon, Simi, dass am Sonntag hier das nächste Turnier ist. So lange können die nicht schießen. Morgen sogar schon. Morgen geht es mit in 10 Uhr. Schaffen wir das. David Kwiatkowski, der nächste Schütze für Gera. Oh, schade, 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 schade. Meine Damen und Herren, das war's. Borussia Dortmund gewinnt. Nach neun-Meter-Schießen mit 8 zu 7. Und trotzdem einen großen Applaus nochmal für die Stadtauswahl. Gera für ein tolles Turnier heute zum 20. Jubiläum des Gera-Ulti-Turniers. Dankeschön. Mit Pech rausgeflogen jetzt. Aber gut gespielt. Alle Spiele. Gut gespielt. Pech rausgeflogen. Aber so ist es nun mal. Neun-Meter-Schießen ist es. Neun-Meter-Schießen. Ärgerlich. Hätte man ihn halten müssen. Wie viel hast du denn heute gehalten? Hast du mal mitgespielt? Du hast bestimmt 15. Tut sich ja rausgeholt. Ist halt ärgerlich. Ich war ein bisschen unglücklich. Kurz vor Schluss das Tor an Winkel. War ein schönes Tor. Hätte nicht sein müssen. Dann hätten wir 1 oder 2 1 gewonnen. Neun-Meter-Schießen haben viele getroffen. Bis halt irgendjemand Pech am Fuß hat. Das ist nun mal so. Tut mir leid für den Kiwi. Aber da kommt er wieder raus. Alles klar. Tschüss. Alles gut. Tschüss.